Was ist der Unterschied zwischen Fatra und Nefs? Es ist beides nicht die Natur des Menschen, nein. Nefs ist was und Fatra ist was anderes. Nefs ist das deine Psyche, die was verlangt von dir. Und du musst dich bemühen gegen dein Nefs. Ruh, das ist eine Sache, Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben wenig über die Ruh. Das ist die Seele und ohne Seele bist du nicht mehr am Leben. Und barakallahu wa ta'ala, dein Verstand, das du verstehst und das du begreifst. Und natürlich dein Herz ist dafür da, dass du damit liebst. Und dein Fatra ist, barakallahu wa ta'ala, das was Allah in dir erschaffen hat. Dass du bestimmte Sachen akzeptierst und andere nicht. Und jede normale Fatra wird bestimmte Sachen nicht akzeptieren. und jeweils dich, deine Mutter nachzudenken. Und alles, alles, alles. Barakallahu fiikum, alles Nafis.